...Läden alles sein sollten, wenn wir frühzeitig umgeschaltet hätten auf erneuerbare Energie. So viele Länder sind uns voraus und wir haben es nicht geschafft, in Deutschland mal über den Tellerrand hinauszuschauen und uns Beispiele herzunehmen, wie man gut aus erneuerbaren Energien Strom gewinnen kann. Und das verstehe ich einfach nicht. Als ein Industrieland, das auch eine der großen Wirtschaftsmächte in der Welt sind, haben wir es nicht geschafft, eine Alternative zu schaffen, wo wir unabhängig sind und klimafreundlich. Und jetzt wird darüber diskutiert, dass man die Atomkraftwerke wieder auffährt. Aber nicht, um Strom zu gewinnen, sondern die sollten wieder aufgefahren werden, gereinigt und pipapo, die Angestellten sind auch noch da. Die ganzen Kosten tragen wir, aber laut unserem Wirtschaftsminister ist es so, dass wir daraus keinen Strom gewinnen wollen. Dann verstehe ich das Ganze nicht. Wieso holen wir uns immer mehr Kosten rein und fahren eine bis jetzt, einfach nur weil die Technologie auch nicht so weit ist, so klimaschädliche Alternative hoch und nutzt sie da nicht. Also das ist zum einen für unsere Umwelt einfach scheiße und für unser Land auch.